Nein! Ich guck dir immer zu. Du bist aufm Kopf. Du kannst F gedrückt, ja genau, gedrückt zum Respawn. Boah, das ist doch jetzt ranzig. Bist du geh-respawn? Ja. Strom oder? Was nimmt doch, was nimmt so ein Intruder ey, das ist ja wohl eigene Blödheit. Der Wagen ist voll scheiße, hab ich jetzt auch gemerkt. Boah, schön gedriftet. Aber nice, dass ich noch gewonnen hab, das freut mich grad voll. Rennen? Ich hab mich schon aufregen wollen. Ich würd sagen, noch ne Runde. Ich muss ja verlassen. Rennen. Jo, rennen. Rennen. Welche Strecke? Na, mach ne andere. Wieder diese Klasse oder? Na, mach mal ne andere. Ja, vier Türe. Muzzle-Cars. Oh ja, Muzzle-Cars, oh geil! Oh, da weiß ich schon, was ich nenne. Okay. Round the block. Ah komm, der sieht cool aus. So, round the block. Ne, ne, mach äh... Hier, da ist ja. Bäh. Mach was, wo man Gas geben kann. Wo man Gas geben kann? Ja, warte, dann nehm mal die hier und warte. Die. Das ist ja viertelmeile fast. Ja, und? Also? Drag-Kings. Ja, gut, das können wir machen, ja. Drei Runden. Oh, halt, Moment. Hm. Da ist es aber für Drags und Muzzle-Cars nicht so gut. Na, egal. Ist im Prinzip völlig wurscht. Das stimmt, allerdings. Aber... Also, drei Runden, äh, Kaya. Drei Runden. Na, mach zwei. Du kannst dich auch heute nicht auskacken. Obwohl, nee... Ja, mach so wie du denkst. Mir egal. Was hörst du? Äh... Sabre... Sabre GT, oder wie der heißt, glaub ich. Ja. Ja, ich auch. Diese alle in Sabre... Sabre. Ich find den Wagen mega geil. Ah, ich find's geht. Guck mal, wer ganz hinten ist. Guck mal, wer gleich aufholt. Bin ich. Guck mal, wer hinten beim Furz-Schatten-Pferd. Hä, Togo-Pier geht in Führung? Guck mal, ich fahr hinter dir her und ich geh in Führung. So nice. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Machst du nur gegen, ja? Fuck. Bin ich ein Idiote. Und schon bin ich wieder der Letzter. Na klar. Na, ich krieg euch noch. Dessen bin ich gewiss. Irgendwie so voll nicht. Ich muss nur blöffen. Ich hab voll die Scheiße gewor... Ah, da wird's bestimmt. Ich hab voll die Scheiße gewor... Loll, lol, lol. alles gut die grüne hängt mir zwar ein bisschen am arsch aber das heißt ja die grüne was wenn es denn der ist ja hab ich doch gesagt du hast die grüne gesagt nein hab ich nicht hält du mich eigentlich nach den hat er aber rumgeschleudert der ist weg glaub mir das na ja noch noch ist nix entschieden oh da geht er links oh fuck ist aber noch gerissen na jetzt zieht er wieder weg der sack der alte pädophile sack ich fände es geiler wenn man da noch waffen hätte oder sowas das wäre nice ja aber dann nur zum reifen schießen und nicht zum töten ja meine ich ja töten ist ja lame dann killt einer alle und fährt dann's rennen gegen sich selber zu ende dann darf der aber auch nicht wieder respawn ja sonst wäre das ja irgendwie auch wenn man brauche ich dir schön nitro boah aber nur auf dem kurzen strecken stückchen hier leider bloß ha bei b Hey, wieso ziehst du so davon? Das ist ja nicht mehr normal. Ich habe auch nie behauptet, dass ich normal wäre. Ja, Leute, ich bin durch einen Checkpoint gefahren. Schlagartig hat sich die ganze Farbe von dem Bildschirm, sag ich mal, geändert. So, die ganze Farbenfrohigkeit ist weg. Es ist dunkel und düster. Nee, nee, es war so farber eher so grau. Da fährt er mir direkt vorn. Von Latz. Das wollte ich erst sagen, aber... Nee. Das wäre doch lame gewesen. Hey, wie du trotzdem mal wegziehst, alter Heftigs, Bruder. Liegt wahrscheinlich daran, weil meiner oder so ein bisschen eingedellt ist. Ja, meins auch, aber nur vorne halt. Ja, eben ein Sonnenaufruf. Boah, die Korre habe ich schön genommen. Ja, war bei mir auch nicht schlecht. Hier hängst du mir irgendwie immer am Arsch. Ja, weil ich Kurven vielleicht ein bisschen besser fahren kann oder besser in Orts. Du kannst sie auf der Gerade wegziehen, wenn du dein Heck aktivieren kannst. Ja, meins ist mein Heck. Ja, sichiii. Boah, guck mal, da vorne ist das Ziel. Oh. Hä, haben wir nicht noch eine Runde? Ja, okay. War noch schön gedreht. Bitches. Ja, weißt du, wie ich einfach driften will und meiner dann nur einen Schlenker macht und vonautomatisch wieder gescheit entfernt? Boah. Mann, in seinem Wagen sieht er richtig gut aus. Boah. Ah, guck mal, wie lange ist er... Ah, nee, vorne nicht. Ach, hast du es ernst gemeint, wie gut sein Auto aussieht? Ja. Achso. Nee, ich finde von ihm, sieht das gut aus. Ja, ich habe gerade eine Kameraperspektive gehabt, wo man es eher vorne gesehen hat. Alles total zerbeult. Du sagst so, oh, sieht aber gut aus. Ich dachte so, hä? Toll. Hey. Was macht der? Was hat er mit Absicht gemacht? Achso, da habe ich es momentan gleich. Dauert das nicht so ewig. Guck mal, nach vorne ist das Tier. Gut, machen wir noch eins, aber diesmal mit der anderen Kern und der anderen Strecke wieder. Das wird allgemein so ne... Let's meet for speed GTA. Nimm mal, keine... Geh mal weiter. Eins nach dem anderen, Sportwagen, Supercars. Was ist das? Nein, geh weg. Geh weg. Komm mal mit Booten. Nein. Nee, können wir nachher machen. Mal nachher, mach jetzt erstmal... Motorräder. Motorräder, ich bock. Ja, von mir aus. Und noch Bärchen. Round die Block. Ja, komm, nur hier oben. Warte, ähm... Ja, von mir aus. I don't like traffic, baby. Wer ist... Back. Versteh ich nicht. Limm mal die City Hardcore! Limm mal die City Hardcore! Alles gut. Was warst du für Motorrad? RZJ. Ich hab die NRG 900. Meinst du, damit ziehst du ab? Krieg's bestimmt irgendwann mal vom Motorrad. Und dann? Kann man vom Motorrad fliegen in dem Rennen. Nein! Nein! Ja! Weißt du... Ich sag schon, es ist passiert. Das fand ich jetzt gut. Ey, machen wir einen Neustart. Das ist richtig unfair gewesen. Wieso unfair? Weil ich erstens keine Ahnung hab, wo mein Motorrad liegt. Zweitens der Typ mir voll reingefahren ist. Drittens mich Kilometer weit in die Luft gehauen hat. Und viertens, weil ich sonst keine Lust mehr hab. So. Dann mag ich dich nicht mehr. Kann man beim Rennen echt von dem Motorrad fallen? What the fuck? Wo ist mein Motorrad hin? Das ist weg. Ja, hast du mein Motorrad gesehen? Ja, warte. Ich komm gleich nochmal vorbei. Arschloch. Oh, leu. Ich hab die Einfahrt verpasst. Ich seh das scheiß Motorrad nicht. Mein Motorrad ist weg. Ja, du hätt ganz lange elf. Wird mir da mit dem Motorrad auch gespawnt. Ja, boah. Das sagst du mir jetzt, du Arsch. Leu, ich bin auch beim Motorrad fallen. Das ist dann auch erst alles offen. Das hat keinen Wert, aber ich fahr trotzdem noch so zum Spaß. Um die Strecke zu kennen. Danach fahren wir genau das gleiche Rennen mit den gleichen Motorrädern. Quasi Wiederholungsrennen. Ich glaub, du fährst bald bald vom Motorrad. Kann man vom Motorrad fahren? Pfff. Oh. Das war epic. Ja, vor allem wie der geflogen ist. Wow. Weil es direkt so voll einen auf Hardcore machen. Also wenn er fliegt, dann schon richtig. Oh fuck. Oh fuck. Boah. Bye motherfucker. Oh. Erste Runde gleich geschafft. Ah, ich krieg dich noch. Komm, ich krieg dich jetzt gleich. Guck, ich bin schon... ...zwei Kilometer... ...zwei Kilometer. 38 Sekunden nur. Hä? Hä? Schade. Ich stand bei dir links oben auch grad. Hoch-LP geht in Führung. Brainaway geht in Führung. Nö. Bei mir schon. Bei mir schon. GTA 4 ist einfach so verpackt im Multiplayer. Und auch im Singleplayer natürlich. Aber trotzdem... ...irgendwie schon ein geiles Spiel. So. Ja. Vor allem wenn man es als Rennspiel benutzt. Ja. Ja, es sieht fast wie Klo. Na, Fast and the Furious, wa? Hast du die erste Runde schon fertig? Klar. Was denkst du denn von mir? Keine Ahnung, dass du die erste Runde schon fertig hast. Ja, das ist so. Oh, fuck. Glückhaft. Ja, wieso ich da... Nö. Einfach an der gleichen Stelle schon wieder... ...nur ein bisschen anders vom Motorradhau. Boah. Da wäre ich vorhin auch fast... ...geflogen. Ja, Mann! Und dann der nächste, so eine... ...fotz... ...biss Ficker, ey. Voll. Ja. Genau. Ich sollte vielleicht nicht so viele Wheelies machen. Boah, ist das ne Scheißmusik. Alter. Was warst du denn? Ja, Liberty City Hardcore. Boah. Boah, boah. Hahaha. Alter, was machst du denn du hier? Marc. Ey. Ich hab nur ein kleines Witzel Leben, ja. Einmal noch vom Motorrad fallen, dann bin ich down, ey. Bist du auch schon bei deiner zweiten Runde? Ja. Aber ich hab noch ungefähr 50 Checkpoints vor mir. Ja. Ja. Boah, kann ich dir noch schön zuschauen. Finde ich cool. Was machst du denn? Hehehe. Bist du guckt, wa? Boah, jetzt mal nicht unterfallen. Hast du das gesehen? Ne. Das war gescheatet. Ping. Weißt du, Motorrad in der Laterne umfahren. So geil. Oh. Mach ich immer. Liberty Rock. Boah, was für geile Musik. Huiiii. Boah. Na ja. Du hast es geschafft. Komm, ich hol dich gleich ein. Ich gewinn noch. Ich hol dich gleich. Oh lol. Boah. Ging auch nochmal gut. Bei mir bist du voll gegen den Pfosten da gefahren. Bei mir überhaupt nicht, ich bin genau zwischendurch geschlängelt. Aber das Spiel ist eh so buggy, vor allem im Multiplayer hab ich ja schon mal gesagt, glaube ich. Vor zwei Minuten. Ungefähr, haut hin. Aber komm, fahr mit so nem Roller ins Ziel. Komm, hier steht ein Haufen weiße. Bäm. Schön. Mann, da liegt der Motorrad.